Hallo, mein Name ist David, ich bin 17 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Metallbilden in Fachrichtung Cicilliertechnik bei der Firma Ernst Strassager Kunstgießerei in Süßen und bin im zweiten Lehrjahr. Durch ein Praktikum habe ich die Möglichkeit gehabt, den Beruf näher kennenzulernen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es hat mir gezeigt, dass ich mehr über diesen Beruf wissen will. Als Metallbildner Fachrichtung Cicilliertechnik bearbeite und gestalte ich Objekte und Gegenstände aus Metall, die vorwiegend bei uns in Bronze gegossen werden. Wir verwenden ganz spezielle Werkzeuge wie zum Beispiel Punzen, Meißel. Das sind eine Art Metallstifte, mit denen wir Gesichter, Konturen, Muskelpartien an figürlicher Darstellung sowie Ornamenten gefühlvoll herausarbeiten. Unsere Auftraggeber sind internationale renommierte Künstler in den Bereichen Kunst, Bildhaurei und Architektur. Das Schöne an meinem Beruf ist, dass ich nicht nur handwerklich Traditionelles lerne, sondern auch den Umgang mit modernen Maschinen wie zum Beispiel die CNC-Fräsmaschinen. Für den Beruf benötigt man handwerkliches Geschick. Man sollte etwas Kreativität mitbringen und sollte Spaß am Arbeiten mit verschiedenen Metallen haben. Es macht besonders viel Spaß, die Figur so umzusetzen, wie man sie wünscht, weil jedes Objekt ist verschieden und ist eine neue Herausforderung.